Von Insight to Impact oder Wissenschaft Wirkung, so lautet das Versprechen der HSG. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeichnen sich durch eine hohe Lernmotivation aus. Sie wollen sich auch weiterentwickeln. Deshalb bieten wir im deutschsprachigen Executive MBA wie auch im englischsprachigen International Executive MBA über das ganze Studium hinweg unterschiedliche Formate an, welche wertvolle Impulse für die persönliche Laufbahn und zur weiteren Entfaltung als Führungspersönlichkeit geben. Ein gesunder Geist kann sich bekanntlich in einem gesunden Körper am besten entfalten. Deshalb bieten wir exklusiv die Möglichkeit, bei den Sportärzten des VfB Stuttgart einen Vitality Check zu absolvieren. Im deutschsprachigen Executive MBA bieten wir zudem die Möglichkeit, in einer Woche Business English, die Englischkompetenzen in Verhandlungen, Präsentationen und Meetings merklich zu verbessern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im International Executive MBA erhalten Zugang zu einem exklusiven Leadership Development Program. Sie werden damit befähigt, globale Teams effektiver führen zu können und sich als authentische Führungspersönlichkeit zu entfalten. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre berufliche Laufbahn und Ihre persönliche Entwicklung verantwortungsvoll selbst zu steuern. Nutzen Sie es. Go for it! 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 Go for it!